was geht ab meine freunde und herzliches willkommen zurück hier zu einer neuen feuer von age of emperes divinity edition wir sind das letzte mal hier stehen geblieben um in britannien einzufallen mit unserer invasions armee und natürlich unserem helden caesar und wir haben hier schon die erste ruine gefunden wir müssen drei stück davon finden wir werden die wir werden die ja die basis die hier vor der ruine ist einmal auseinander nehmen und dann werden wir die weiteren ruinen suchen wenn ihr genau wissen wollt was in der letzten folge noch alles passiert ist weil wir haben nicht nur angefangen britannien zu erobern sondern haben auch noch ein bisschen piraten gejagt und wenn ihr das wissen wollt was da passiert ist dann drückt doch hier gerne oben einmal auf die infokarte da werdet ihr dann zur letzten folge geleitet und dann könnt ihr die einmal anschauen und liebe freunde jetzt würde ich sagen sehen wir uns gleich nach dem info und dann geht es auch schon so auf geht's unsere einheit sind schon voller taten dran du gehst hier mal weg weil wir haben hier doch noch ein paar katapulte wie sich hier sofort an die arbeit machen und sich nicht von ein paar wir haben hier durch ich frage mich ob wir überhaupt die möglichkeit haben da ist ein turm hört doch mal auf euch angreifen zu lassen hier ist wasser jetzt hat man eben da stehen danke genau das kann eben zerstören was hätte die besuch präszeniert für was sie das eben zerstören könnt jetzt könnt ihr mal eben das dann zerstört dann halt nicht ihr könnt das gerne zerstören danke aber sofort 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 auf die jungs ja wir haben leider unseren hiele polis verloren tut mir nicht relativ leid oder weiß hier leid wir haben einfach nicht mehr die möglichkeit irgendwas hier zu tun bei telepolis was habt ihr hier alles das muss erstmal alles weg damit wir erstmal hier meine probleme haben so das hat jetzt gut zerstört brauchen die katapulte noch und wir haben hier unten ja gut haben wir unseren held caesar mit bei priestern das ist weg so wir gucken natürlich erstmal ja alles schön nach nicht dass hier noch irgendwelche türme stehen oder noch ein paar produktionseinheiten weil der feind soll nicht glauben dass er meint uns in den rücken zu fallen so ist nämlich noch ein hintereingang gewesen wir treffen die jetzt die beiden sind weg da haben so eine lagergrube das unglaub ich hoffe wir haben hier noch irgendwie die möglichkeit dass sie doch gewohner sind die uns gehören und stoppt natürlich bin ich doof wir haben priester oder wer greift uns hier an wo werden wir angegriffen wir brauchen nur ein dorfbewohner wir brauchen nur ein dorfbewohner ich bin doch doof natürlich können wir uns eine basis bauen hier bringt ihn da hin wir haben hier gold wir haben hier vorne nahrung überlegt doch mal wir brauchen nur zwei dorfbewohner das reicht nahrung gold haben wir holz gold haben wir alles auch nur dass hier ein dorfbewohner zufällig rumläuft natürlich wäre das jetzt doof wenn jetzt nirgends wo wir ein dorfbewohner doch hier müssen ein dorfbewohner rumrennen aber da ist noch ein bauernhof kannst du jetzt nicht sagen dass hier keine dorfbewohner mehr haben den bauernhof braucht ihr jetzt nicht neu rekrutieren das ist nicht so euer ding ja hallo lass den mal durch da meine güte nein 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 Oh. Oh, sieh. Oh, danke. Ja, ist in Ordnung, wir brauchen Dorfbewohner. Ist jetzt gut. Ich brauche Dorfbewohner und nichts anderes, wir müssen doch noch irgendwelche rumfliegen. Das ist ein Axtkämpfer, ja der ist orange, orange hat noch ein paar Dorfbewohner. Ja, war nicht Mom nenne. Hier hin. Hat er jetzt nicht wirklich das ganze Pult zerstört? Ach man, ich hasse es. Hier habt euch geheilt, schön. Super. Das ist ein Steinwerfer. Ich brauche doch nur einen Dorfbewohner bitte. Lass den Turm. So, geh du da mal hin. Hier könnten wir schon eine Mauer, äh, ein Dings ziehen. Ich brauche doch nur einen Dorfbewohner, der gerade hier durch die Gegend läuft. Was geht denn jetzt da einfach so alles an? Oh, er greift das Dings an, das ist sehr gut. Wenn ihr jetzt ein paar Dorfbewohner findet, ist das gut. Ne, das ist ein Steinwerfer. Ne, das ist ein Steinwerfer. Oh Gott, sagen. Ja, runter mit euch. So, haben wir jetzt hier noch Dorfbewohner. Okay, da läuft nur Einzelne. Geht mal hier wo. Wenn hier irgendein... Hier, da hole ich den nächsten. Mann. Ja, die drei können da erstmal bei dem Ding bleiben. So. Hm, schade, Dorfbewohner. Ich habe alle Dorfbewohner abgemetzelt, das ist nicht gut. Ich hätte mir eine schöne Basis bauen können jetzt. Ah, das ist der nächste Turm. Richtige... Ja, Schluchtenfalle hier. Okay. Da sind Häuser. Müssen hier auch irgendwo Dorfbewohner sein. Kann ja nicht sein, dass ihr nichts aus Dorf... Keine Dorfbewohner habt. Das war so ein Priester. Ich... Okay. Halt, stopp. Nicht genug Glauben für die Bekehrung. Das ist sehr gut. Jetzt... Ah, okay. Nein, nein. Nein, 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 nein. hey oft hinterlassen sich nicht was euer ernst also doch los dass uns ein dorfzentrum bauen und zwar genau ja nein so sehr gut ey du du kannst hier mal so drin wüten ja sehr schön oft hinterlassen sich nicht die pehren alter ich glaube ich spinne ja das ist schon mal schön dass du holz hackst aber wir brauchen erstmal ein paar häuser und die mein freund brauchst du mir ja wo kannst du mir am besten jetzt häuser bauen ganz schnell brauchen wir doch häuser äh häuser okay das katapult ist jetzt weg das ist eingetestet das geht nicht besser aber gut dann äh wissen wir wo wir verteidigen müssen klar so äh ja direkt das nächste ich wollte gerade sagen brauche nicht direkt da wo du stehst das haus sehr gut so können wir nämlich schon ein bisschen verteidigen so dann interessant was wir alles nicht bauen dürfen die einzige einheit die wir bauen können ist eine akademie interessant wirklich sehr interessant mehr dürfen wir nicht bauen was ist denn hier los ich hätte jetzt nicht gedacht dass man das nicht äh dass man als einzige einheit die man zurückholen kann äh akademieeinheiten sind dafür brauchen wir gold das heißt wir müssen jedes mal ein dorfzentrum bauen 180 gold kostet dann okay dann äh ich weiß was zu tun oft 她 mit bei es passt wird zu natürlich dann so gut der kommt natürlich auch mit du brauchst mir noch häuser hey du greifst jetzt das dann müssen du brauchst das nicht angreifen jetzt da stehen mensch haupt so jetzt muss ich einfach nur äh der gehört mir den sensenstreit wo läufst du eigentlich hin bleib schon hier brauchst du nicht weg rennen mensch grenzenstreitwagen so weiter geht's du kommst mit so das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus schade dass wir nun das katapult verloren haben was willst du machen kannst du machen nix aber wir können hier erstmal das lager hier auseinander nehmen besser als gar nix so jetzt wartet mal gut ist ja auch feindlich gut ja weil wir keine eigenen gebäude bauen können brauchen wir die eigentlich auch nicht groß wartet wir können ja gebäude warte mal wir können ja gebäude bekehren ne was brauchen wir denn eine waffenschmiede brauchen wir ne jetzt erstellt dass man das dorfzentrum oder hier irgendwas macht begehrt den ganzen miss einfach an einheiten können wir gebrauchen zum beispiel legionäre und so das ist weg häuser am besten auch weg das sieht doch alles relativ gut aus erstmal alles so weit auseinander die beiden häuser nehme ich jetzt gleich ein wenn wir jetzt noch eine waffenschmiede finden ist das gut ne die lagergrube halte ich ja scheiß drauf ob das ein turm ist ja nicht ein kleiner abwehrturm kann uns nichts anhaben dann kannst du gleich den bekehren du bekehrst den ach ja und du ja unsere da haben wir auch schon was sensen streitwagen können wir auch so schon die erforschen kann man da nix mehr macht aber gar nix gut also meine freunde ich würde mal sagen ähm was baut nix da stein so gut so jetzt könnt ihr aber erstmal wieder da stehen bleiben so gut äh gut also meine freunde ja dann werden wir heute die folge jetzt hier beenden wir haben jetzt einiges ähm was wir hier eingenommen haben dasis damit könnten wir zum beispiel wenn wir links halten ok das heißt ja ok äh fehlt euch erstmal dahin gut alle meine freunde ich hoffe es hat euch meine gefallen in der nächsten folge wird es dann weiter gehen und ähm ja meine freunde wir haben schon einiges gut eingenommen wir haben uns ein paar ähm par einigen steilen kornspeicher und ne 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 lagerrufe bekehrt können leider nicht wirklich viel damit anfangen aber zum beispiel für die für den kornspeicher könnte man jetzt wenn wir ne Bauern haben halt einstellen, dass wir endlich Felder bauen können. Okay, meine Freunde. Ja, ich hoffe, es hat euch mal gefallen. Wie gesagt, dann ist doch keine Bewertung da. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, denn dann werden wir weiter hier Britannien einmal umkreisen. Und ja, hoffen, dass wir die Schleunis hier mal ein bisschen noch die weiteren Ruinen finden. Und jetzt, meine Freunde, seht ihr natürlich hier über mein Hauptprojekt Gothic, die letzte Folge, die online kam, nicht kommt, die letzte Folge, die online kam, könnt ihr hier einmal anklicken. Und natürlich hier auf der linken Seite vom Video seht ihr die Playlist von Age of Empires. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann, tschülle, haut rein, ich bin der Herzen. Bis dann.